Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wollte euch heute mal meinen Frühstücksshake präsentieren. Kurz zusammengestellt, gibt gut Energie für den ganzen Tag. Schöner Mix zwischen einer Banane, hier links, und einer Kiwi Gold. Ja, gut. Kurz und schmerzlos, jeden Morgen nach dem Aufstehen, verzichte ich dann auf den O-Saft oder Tee oder wie auch immer. Und dann hauen wir dann praktisch diesen Shake rein und gibt wirklich gute Energie für den ganzen Tag. Ja, möchte ich euch ganz einfach mal kurz zubereiten. So. Muss jetzt nicht komplett die Banane sein. So. Dann nehmen wir die Kiwi Gold. Die hat einen etwas besseren Geschmack als die normale Kiwi, finde ich persönlich. Ups, meiner mit. So. Kommt auch rein. Ja, das wäre es ja. Einmal ganz kurz. Ja, mehr brauchen wir eigentlich nicht an Zutaten, außer natürlich Milch. Sonst ist die Sache in der Form nicht abgerundet. Sagen wir mal so. Ungefähr die Hälfte. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich habe jetzt hier einen kleinen Mixer. Kann natürlich auch einen großen Mixer machen. Aber die kleinen sind dann so für eine Portion, ja, für den Morgen eigentlich immer ganz gut. Sollte ja natürlich nicht so überdimensioniert sein. Brauche ich ja keinen Liter so auf den ganzen Tag. Reicht eigentlich. So. Mal kurz verschließen. Ja, also wie gesagt, der Mix zwischen Kiwi Gold, eine Banane, reicht eigentlich in der Form. Gibt einen schönen, süßen Geschmack, einen ganz guten, abgerundeten Geschmack. Und vor allem viel Power für den ganzen Tag. Auch während der Winterzeit natürlich wieder mit den ganzen Erkältungen und den ganzen Krempeln. Okay, dann wollen wir einfach mal anfangen zu. Okay, dann wollen wir einfach mal anfangen zu. So, man kann natürlich auch einen ganzen Liter direkt fertig machen über einen größeren Mixer für die ganze Familie. Ist natürlich auch ideal, sagen wir mal so, für den ganzen Tag. Und ja. Sieht dann so aus. Man merkt, schön dickflüssig. Jetzt nicht zu dickflüssig. Aber man sollte dann wahrscheinlich nicht ganz eine Banane nehmen. Aber das ist halt der Mix zwischen Banane und Kiwi Gold. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Kleiner Tipp von mir. Jeden Morgen nach dem Ausstehen. Man hat Power für den ganzen Tag. Und ist auch eigentlich ganz gut zum Abnehmen. Ist jetzt nicht so kalorienlastig wie andere Dinge. Und ja, Power hat ganz gut. Und auch während der kühlen Zeit, der warmen Zeit, ist es natürlich auch ganz gut im Abgang. Das war es mal wieder, Leute, von der Shakefront. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne mal ein Like. Lasst ein Abo da. Und ja, bleibt alle gesund unten rum. Wir sehen uns in alter Frische. Tschüss. Tschüss. Tschüss.